so versuchen zu fliehen ja okay jetzt müssen sie weg du da du da delayed und pakt macht den rest schade kriegen trotzdem waffe aber treibstoff eine drohne 23 schrott wir hätten gerne dich und dich dich aus dich ein weniger und zwei schildpunkte die springen ausgaben nächster schritt ein waffenpunkt und mehr treibstoff bekommen noch ein nebula oder in die ich will in die denn ich will in die also in der schuhe haben spring springen dahin so wenn du etwas schrott hast könnten wir vielleicht an einem schiff arbeiten was könnt ihr denn piloting system erhöhen für 14 scrap nö danke das hätte ich auch so nicht gemacht ein notsignal braucht ihr hilfe also ein schiff in nöten in einem astroiden gürtel und wir können es mit unseren schäden blockieren da kriegen wir jetzt gleich fünf punkte auf den deckel oder auch nicht und 18 schrott also weil das andere schiff kaputt geht das konnten wir nicht retten deswegen kriegen wir ihren 18 schrott schiff wir hätten gerne energie zum ausweichen wir würden gerne dahin so böse böse raketenwerfer und wir haben ein germmer auf unserer ausweichwertung na gut iron blaster iron blaster aber wir können gleich gehackt werden das ist nicht so gut ich glaube das ding kriegen wir gar nicht geknackt du jetzt auf die doch auf die waffen und wochen wochen waffen 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 sehr gut te children dochых die ich würde direkt wird dich aktivieren weit nach der schädel brief Creating das schild muss jetzt weg also jetzt weg Jetzt, jetzt gleich weg. Bevor die... Sehr gut. Volle Breitseite. Schön. Also, weiter auf die Schilde schießen. Warte mal, weiter auf die Waffen schießen. Schilde werden nebenbei ionisiert. So, jetzt wieder auf die Schilde schießen. Pikebeam kommt und macht alles kaputt. Wird aber schon härter ankämpfen. Sechs Treibstoff ist sehr, sehr gut. Und 41 Schrott. Zack. Das heißt, ich hätte jetzt gerne... Ein Schrott fehlt. Ernsthaft? Okay. Nein. Ich hätte gerne einen Schrott. Irgendwo her. Vollkommen weg. Oh, okay. Zwei Treibstoff, eine Rakete in 29 Schrott. Und zwar... Ein Piratenschiff, das einfach so im All rumschwebt. Ja gut, da sage ich nicht nein. Waffenupgrade, Energieupgrade. Jungenblaster aktiv. In der Reihenfolge bitte. Ho, ho, ho. Sehr gut. Und den ersetzen wir später durch eine stärkere Variante. Und damit spielen wir das Spiel durch, würde ich sagen. Ja, guti. Spring. Wir wollen nichts im Store. Wir wollen erst da hin. Wir haben nämlich noch gar nichts zum Verkaufen, soweit ich weiß. Hier ist nix. Im Store können wir doch gleich lassen. Ein Schlachtfeld. Wo wir nichts finden. Ja gut, Store können wir knicken. Ich fliege hier oben einmal so ein Viereck und dann zum Ausgang. Komm schon. Oh, die beschießen gerade einen Zivilisten. Wir versuchen ein Held zu sein und greifen den Piraten an. Der so eine Rock-Ganone hat. Auf die Waffen, auf die Waffen, auf die Waffen. Piu, 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 piu. Ah, einmal daneben. Wow, da kommt die Stein. So, Pikebeam. Mach dein Ding. Lieber da lang. Keine. Auf die Waffen, auf die Waffen, auf die Waffen. Das Ding da muss deaktiviert werden. Danke. Oh, oh, oh. Oh, oh, okay. Entschuld an Bord. Du, da hin. Du wartest kurz. Einer, so. Du kannst ruhig so bleiben, aber einer von den Ion-Dingern bitte auf das Schild, das ist durchgehend. Entschuld ist gleich tot. Pikebeam kommt gleich. Du gehst bitte kurz in die Krankenstation, ich würde nichts riskieren. Und vier Treibstoff. Acht Raketen, das sind viele. Und acht sind Schrott. Die nehme ich primär wegen dem Treibstoff. So, allemann zurück auf ihre Posten. Das ist echt schick mit den drei Ionenblastern. Achso, du musst noch geheilt werden. Ja, oh. Heilung, Heilung, Heilung. Zurück. Energie passt dann nicht. Achso, so rum. Springen. Da ist ja ein Store. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ich hoffe, das passt. Führer in Kampf. Ja. Oh, du hast auch so ein Ding wie wir. Sehr schön. Schäden, 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 Schäden. Alles auf die Schäden. Und dann Pikebeam hier durch fünf Räume. Genauso. Sehr gut. Dann bitte als nächstes. Waffen, Waffen. Du, weiter auf die Schäden. Pikebeam halten wir in der Hinterhand. Ja, bitte jetzt schnell die Waffen ausschalten. Danke. Eine Waffe. Na gut. Dann halt so. Und gleich kaputt. So, fast alle Waffen. Und... Und alles junisiert. Alles kaputt. Sie wollen aufgeben. Drei Raketen will ich nicht. Nö. Ich hätte viel lieber... Eine Rakete. Aber dafür mehr Schrott. So. Ship. Wir könnten Sachen upgraden, aber ich bewahre mir das lieber auf für den Shop. Aber ich will vorher... Oh, das wird echt eng. Es wird sehr eng. Aber das riskiere ich. Denn wir haben ein Zoltanschiff und Zoltanschiffe sind super. Send an away party. Nein. Nein, nein, nein. Keine away parties. So, ein Engi. 10% mehr Schaden. Page 2. Burstlaser 1 ist doof. Becker Petery. Nö. Wir nehmen den Nahkampf Engi. Und wir hätten gerne Treibstoff und... Pssst. Treibstoff. Nahkampf Engi wird gestellt zu... Kameras. Das zählt ja gar nicht. Ah doch. Level 2. Sea Enemy Interior. Ist okay. Vor allem haben wir ihn jetzt auch für die ganzen Spezialsachen. Dafür habe ich ihn primär geholt. Also. Dass er nicht krank wird. Und dass er mit Maschinen sprechen kann. Und sowas alles. Spring. Ja. Ausgang ist im... Feindlichen Gebiet. Das könnte jetzt interessant werden. Zumal wenn ich so viele Punkte in den Antrieb investiert habe. Und die einen Steinschmeißer haben. Also wir hätten gerne... Ion auf Waffen. Ion auf Waffen. Ion auf Waffen. Ja. Die Feuerbälle sind auch nicht schön. Wir müssen jetzt alle treffen unsere Schüsse. Komm, 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 komm. Alle daneben. Ernsthaft? Drei Schuss. ASB Target Lock. Wir kriegen gleich einen Feuerball. Ja. Ja. Schilde werden auch bedürfelt. Du reparier die Schilde. Bloß nicht den Antrieb treffen lassen. Dann haben wir verschissen. Der Iron Blaster ist kaputt. Dich brauchen wir gar nicht. Aktiviert den da. Alles auf die Schilde, damit wir vielleicht einmal einen Schuss durchbekommen. So. Du reprägst weiter die Schilde. Bombe bei den Kameras. Das ist okay. Du kümmerst dich um den Höhlenbruch. Hospital Target Lock. Wir springen gleich. Wir springen. Jetzt. Mantis Homeworld. Oder ein Slug Nebula. Slugs. Ich hätte gerne noch eine telepathische Schnecke. So. Jetzt hätte ich aber gerne erstmal. Heile Systeme. Ja. Reparieren. 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 Raus da. Du. Helf da mal mit. Du. Helf da mal mit. Auch wenn du angeschlagen. Okay. Raus da. Lass den Menschen das machen. Ihr kriegt das hin. 43. 43. Ja. Jetzt dürft ihr eigentlich alle mithelfen können, ohne dass was passiert. Genau. Und heilt euch hoch. So. Unter 60% Hülle. Kein Schrott. Dafür aber neue Leute im Gepäck. Alle zurück auf ihre Posten. Du hast noch keinen Posten. Du gehst da hin. Und du bitte da hin. So. Position nicht speichern. Du erstmal zurück. Jetzt Position speichern. Dir das da, wo er sein soll. Die Zolltarns an den wichtigen Posten. Und der Rest steht rum. Springen. Das ist ein großer Nebel. Dahin. Oh. In Chulers on Board. Alles auf. So. Die verstärkten Türen helfen hoffentlich ein wenig. Du hast viele Waffen. Die müssen alle weg. Ah. Der haut gegen den Türraum. Das ist nochmal praktisch. Schild ist angeschlagen. Pike Beam. Go, go. Pike Beam. Schalt den da aus, bitte. Oh. Du musst. Raus, 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 raus. Nein. Du. Raus da. Hier ist Sauerstoff. Versteck dich da. Waffen sind alle ionisiert. Aber das mit dem Mantis hätte echt nicht sein müssen. So. Wir haben gleich keinen Antrieb mehr. Das ist alles. Oh. Du. Lauf in den nächsten Raum. Schnell, 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 schnell. Boah. Okay. Nahkampf. Engi macht das. Irgendwie. Kriegen die nicht so viel Schaden. Kann das sein? Alles ist ionisiert und durchgehend geht der Pike Beam durch. Und trotzdem stehen die noch. So. Warten. Alle Türen zu. Nächste Runde sind die kaputt. Der Mantis Verlust ist doof, doof, doof. Hätte es nicht lieber den Engi treffen können? Ne, den brauchen wir für die Spezial-Events. Menno. Treibstoff-Raketen und ziemlich viel Schrott. Du, guck mal nach dem Rechten. Du, guck mal nach dem Rechten. Vielen Dank.